so also herzlich willkommen zurück zum let's play von starcraft 2 hart auf das form der zerk kampagne jetzt war nachhilfe blablablupp jetzt weiß ich nicht wie viele stunden wirklich vergangen sind fünf stunden irgendwie sowas fünfe und halb und ja so haupt c-belohnung fünf machtpunkte bonus c-belohnung zwei machtpunkte jetzt kriegen wir berstlinge und dann wollen wir mal löse machen ich glaube die kamera müsste schon mal ein mehr hier machen ich guck mal normal jawohl das sieht doch schon viel besser aus und dann geht's los ihr fortschritt wird an bestimmten stellen automatisch gespeichert wenn sie in verschiedene schwierigkeiten geraten können sie ein gespeichertes spiel laden und andere taktik ausprobieren ok sagaras brot hat sich in den säuresümpfen von char verkrochen wo du millionen eier für den späteren gebrauch gelagert hast von der position ihres schwarmclusters zu schließen versucht zagara so viele eier zu sammeln wie sie nur kann sie versucht eine armee aufzustellen aber wie will sie die eier ausbrüten sie kann sie in einen schlüpfteich legen damit sie schneller ausgebrütet werden ich habe unseren schwarmcluster in der nähe eines solchen teiches platziert dann werde ich genug eier sammeln um eine armee zu erschaffen und zagara zu vernichten ja schon mal eklig aussieht aber auch aus wie ein brutschleimpool dann will ich mal gucken obwohl hier schwimmt kein so und so ein ding rum ok so dann natürlich erstmal drohnen hier ist gleich eine expansion das ist sehr schön eine queen reicht auch gleich hier direkt die kohle du bist nicht die königin der klingen du bist eine schwache und abnämliche terranische kreatur aber 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 verlass char solange du noch kannst diese eier und der schwarm gehören mir stellt sich mir in den weg so jetzt hat sie schon gar keinen gewehr mehr vorher hatte sie ja unsere streitkräfte werden angegriffen ich weiß nicht ob ich so schwach bin also jetzt ist schon ein bisschen stellt sich mir in den weg zagara hat sich durch einen tiefen tunnel wieder in ihre basis begeben um kräfte zu sammeln sie wird wiederkehren jetzt haben wir hier schon ein paar berste sehr nützlich metamorphose vom zerkling jeder zerkling kann zu berstling morfen jetzt war der hier tatsächlich nicht so optimal normal hier aus so ich glaube hier war sogar genau langsamer jetzt muss ich sie nur noch vor zagare erreichen das war schon ein paar sieben gleich haben wir es okay so jetzt muss man halt die ganzen eier einsammeln natürlich zagara kehrt zurück in dann wird sie wieder wieder verlebt du kannst mich nicht aufhalten an diesem nest ist irgendetwas anders die eier in diesem berstling nest können sofort schlüpfen so ach so einer ist zu viel so fünf brauchen wir da ja und wir haben eigentlich auch schon genug um die nächste bootstätzung zu stellen also jetzt ist sie halt wieder auferstanden und kommt dann halt wieder hier an so nichts stellt sich mir in den weg das sind jetzt acht also zwei gehen dann schon mal hier rein so und der dritte auch und damit haben wir das jetzt ist es so dass sie jetzt schon wieder unterwegs ist das ist eine sehr gute Idee so oder die kleine schlüsse so oder was so oder dann doch das ist es so oder so oder so oder so oder das ist ja so oder so oder das sind meine eier wo du hast du dich nicht geheilt was jetzt okay so dann wollen wir mal mein lieblings ding ein paar bootstätten hinstellen so ein oberen makron so 12 du hast meine aufmerksamkeit eigentlich muss ich auch bezerrk wir haben nicht viel zeit wir haben mehrere verseuchte terranische gebäude in der nähe gefunden sie scheinen die verwilderten zag anzulocken ich werde sie vernichten wenn sich die gelegenheit bietet natürlich meine königin diese ziele erreicht was du noch nicht ein schaden deine energie und deine ausdauer werden sich sofort verbessern wenn deine macht steigt so und nummer drei hier so 15 brauchen wir das sind schon mal 13 15 und dann noch mal gleich 3 für das gas so und natürlich wollen wir auch ganz viele queens haben und jetzt kann es gleich richtig los gehen hier du bist nicht mächtig genug um mich zu töten wir brauchen ein ganzes ein versuchtes terranisches gebäude vernichtet bleibt noch eines siebten wird dann das hier sein hier läuft läuft du bist da okay dann heißt es jetzt nur noch hier durch beratzen wobei kannst mehr overlords erschaffen um deine versorgung zu erhöhen korrigiere ich muss ich habe mich ausgelutscht okay brauchen mehr overlords auf jeden fall wir brauchen mehr mineralien und was ich auch noch nicht gemacht habe ist tatsächlich hier äh 1 2 3 halt 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 noch nur einer so ok ich sterbe niemals ich bin der schwamm wenn du niemals schlüpst das ist ja sehr glücklich für dich wir haben nicht viel zeit der schwarm ist hungrig wo ist denn hier so da hier ist noch ein krieger der schwarm schlägt nicht dass dich der fund dieser erbärmlichen berstling eier retten wird ja ich hab halt nicht so viel was wir hätten wir so ok zagara kehrt gleich wieder zurück aber krass dass der mut gleich die kolonies voll ausrottet wir haben nicht viel zeit ich spüre noch mehr eier dort diese welt gehört mir damit ich jetzt noch dinge machen werde der schwarm schlägt nie na so da sollen wir mal hier ein bisschen übertreiben ab was habe ich viel geld so so mac war das was passiert diese welt gehört mir wer hat dich gefragt du kannst mich tausendmal bezwingen ich werde ich immer wiederkehren so schauen wir mal wo du hingehst wo ist mein kriecher tumor ach so mit dem bin ich hier nach links gegangen was ist hier ein bunker du hast meine aufmerksamkeit und dann kann man jetzt hier fahren wir haben nicht viel zeit der schwarm schlägt nie ja wir haben das letzte verseuchte terranische gebäude vernichtet jawohl ich fühle mich stärker nur noch ein paar mehr so dann gehen wir hier zagara nochmal abfangen und dann tut 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 was jetzt man aber die quins sind schon echt langsam im vergleich zu gehen so also zu den zeitlichen apropos queens so willst du mir jetzt etwa meine wir brauchen mich ja 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 das war mit zu dass du mir hier meine eier weckn so jetzt sind wir hier durch jetzt schläft das alles jetzt mal zu klein natürlich aber zur regel den schlipfteich an sorge dafür dass meine eier schlüpfen deine eier schlüpfen katalytische lösung schnelleres heranreifen armee augenblicklich bereit und jetzt wird zagara es bereuen sich mit mir angelegt zu haben so 120 hatte ich 124 oder so er ist mich bei 250 ok so so weiter vorrücken mutation abgeschlossen ja dann wollen wir mal was jetzt mutation abgeschlossen ich wette ich kann nur stufe 1 machen jawohl so dann wollen wir mal zu ihr hm weiter vorrücken weiter vorrücken lasst uns das hinter uns bringen boah ist das ne menge so aber wir wollen ja auch aktivieren dass auch gebäude angegriffen werden so wenn wir schon so viel haben boah ist hier echt ne menge das ist ja mein menge johmei boah guck mal hier einmal rüber gerutscht und guck sie guck auf die maus ey so tötet sie ich habe nur getan was du mir befohlen hast meine königin halt ich habe dir befohlen gegen mich zu rebellieren du hast all deinen brutmüttern befohlen stark zu sein zu kämpfen zu erobern du sagtest die zag führen durch willensstärke dein wille ist der stärkste und ich werde dir dienen du darfst leben zagara ich will den schwarm zu alter stärke führen und du wirst mir dabei helfen du bist meine königin wir werden america great again machen so ähm ich denke ich mache cut ich weiß nicht ob das für die playlist doof ist aber so sind die missionen dann immer halt wirklich getrennt ja doch mache ich einen cut bringen sie für alle 6 besting das ach so mist ok wusste ich nicht verändern sie dass zagara ein ah ja das wusste ich auch nicht habe ich jetzt nicht so super ernst genommen also dankeschön fürs zusehen und wenn ihr wollt sehen wir uns dann im nächsten video 3 6